Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bus Simulator 2012 heute fahren wir mal eine Route die suche ich mir jetzt noch schnell aus vor allem muss ich mich noch schnell hier anmelden so besteht jetzt sehe ich nur 90 Dienstnummer muss ich mir schnell suchen so abbrechen aus fahren wir die 1, 2, 3, 4 2, 9 so ok ja schnell dreimal die 1 ok dann können wir losdüsen so müssen wir noch ok die Heizung drehe ich noch schnell voll auf damit es ja mal kühler wird ok so die machen wir auch noch an kassen will euch dann auch noch nee schwarz ähm doch loge geht nicht so ok maus weg so dann fahren wir mal in hier ab geht's so schön an der Ampel stehen bleiben dann geht schon wieder weiter ja ja ach scheiße tut mir leid tut mir leid tut mir leid die Grafik die Grafik ein wenig runter schrauben was äh so jetzt bin ich wieder da ähm ja ok ihr werdet es jetzt nicht wissen aber irgendwie ist jetzt meine Grafikkarte ein wenig abgeschmiert keine Ahnung die packt das nicht so ok steigen wir ein schnell noch schauen nein ok ähm Zündung hier starten da die Tür schließen so 64 68 Sicherheitscode 44 99 ähm 4 mal die 1 2 9 1 2 ok da auch noch 3 mal die 1 so ok dann passt das soweit irgendwas gibt es noch zum einstellen ja stimmt die Heizung hier so nicht warm kalt dann noch hier die schul verschaltung so ok das müsste jetzt passen so dann können wir losdüsen schön langsam und geschmeidig ok der ist schön motor abstellen wir wollen ja nicht zu viel strom verbrauchen zu viel abgase verpesten so wir grün ja der grün da stehen die leute da ist mein boss schranke ich lass mal das fenster hinunter oh es wird grün so dann dürfen wir jetzt auch losdüsen ja hallo leute geht sonst noch jemand ok dann können wir jetzt weiterfahren vorne wieder eine rote ampel ok grün wir hier mal ab da ist auch grün so bisschen über 50 fahren wir das war ein ortsgebiet egal so wieder eine rote ampel und die folge schön oh man man tut mir leid helfer tut mir leid so jetzt kann ich ober diesem fahrzeug steht ja eine zahl und so viele sekunden kann ich jetzt warten so aber ich überhole den typen schnell so ich habe mir einfach die vorfahrt genommen doch schon wieder eine rote ampel nein man was ist heute hier los ah wieder stehen ok wieder grün können wir wieder gas geben so schön 50 hier links abbiegen ok ok will keiner mehr rüber feich oh verdammt tschuldigung oh man hier sind 50 erlaubt naja oder ich habe einfach das schild übersehen ja hallo kaffee tante lass mich fahren so jetzt können wir wieder gas geben will keiner mehr rüber ist auch nicht mehr in der querstraße so oh oh jetzt bin ich ein wenig zu schnell gefahren aber ihr werdet mir das schon hoffentlich verzeihen oh man warum geht die bremse nicht ist ja die größte verarschung hier ok jetzt kann es sein dass ihr mich lauter hört oder auch nicht äh man geh weg 3,2,1 tschüss ja hier ganz geschmeidig ja gibt gleich das komplette auto hoch hier 30er schön bisschen über 30 kein problem so blinker setzen so hallo leute ja 6 minuten zu früh alter man was ich habe gesagt stehen bleiben ey was ist was los mit dir oh hier zurück an bremse kann nicht viel passieren schön motor abstellen hallo tschüss sind heute wieder sehr nett die leute ok paar leute sitzen hier die zeit kann ich nicht vorspielen naja ich kann schon die zeit vorspielen muss ich schnell aussteigen 6 minuten nein hier hier 5 minuten hier ja eine minute so schließen wir hier ok wir rollen blinker setzen kommt jemand oh da kommen wieder verdammt viele leute so schön blinken hier dann geht ja schon schön geschmeidig hier sind 30 erlaubt fahr schon wieder zu schnell hier die leute passieren lassen ja geh auch noch rüber ja ich hab ja heute zeit fenster oben unten jetzt wieder zu heute noch wie viele leute kommen da noch so jetzt endlich ein noch ein paar leute so jetzt fahr ich einfach schön langsam sowieso wieder eine rote ampel halte stelle bremse ist drin gegen jetzt auch die geht auch nicht gut wir frei fahrt ja möchte man meinen so ja super ja angefahren sind 50 erlaubt so hier wieder stehen bleiben äh so nein was Anfahrsperre nein nein hallo welche Anfahrsperre äh ok wir wollen nicht mitfahren grüne Ampel ok nein nicht 60 50 ja schön stehen bleiben so will jemand mit jup will jemand mitfahren ok verfrühung drei minuten naja da kommen die leute wieder hergeströmt so weil die auch alle noch mit ja ich habe noch plätze frei hallo 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 sehr aufmerksam sonst noch jemand ja das bedürfnis hat mitzufahren du auch noch hallo nein ok ja dann können wir ja losfahren ja und jetzt wird's rot auch noch na toll ja ja geh rüber äh verdammt wollte ich gar nicht ok das kann ich mal ausprobieren so ist offen ok ja auch nicht schlecht so fahren wir schön auf 50 ok 50 ist der Haltewunsch sind zwar fast keine leute da aber wenn die leute aufsteigen wollen dann lassen wir sie auch so steigt ein hallo schneller hallo noch wie jemand du auch noch ja da kommen sie jetzt her geströmt so ok jetzt fahr ich nicht wieder ein bisschen stehen bleibt ok grün geben wir mal gummi und wieder eine bus haltestelle so leute ja eine nachricht zu schnell gefahren ich bin was ich bin mir auch ok ja so sonst noch jemand doch ja so ihr beiden noch können wir ja losdüsen linker setzen wie wir es in der v schule gelernt haben so wie über viertel ja was los mit dir hier darf ich nicht zu schnell fahren denn hier steht ein raderwagen hier sehen wir ganz gut raderwagen beim spiel darf ja auch die polizei nicht fehlen ja jetzt gerät hinten drin wie geht es vereinzelt in ja in dem spiel fast eigentlich auf jeder route glaube ich keine ahnung ich bin noch nie alle routen gefahren aber auf so ziemlich allen denke ich mal ich habe zwar vorher schon ein bisschen gespielt aber eigentlich noch nie die ganzen maps durchgefahren so sonst noch jemand ja guten tag okay so sind wir alle ist gut ja hier gleich wieder eine rote ampel die mag ich schon so gern wo grün so fahren wir mal 50 haben wir wieder halte wunsch wir bleiben hier die gleiche alle alle aussteigen zu steigen will keiner können wir gleich weiterfahren oh mann rote ampel so so wer will noch mitfahren steige ein hallo ich habe nicht den ganzen tag zeit und was wollt ihr von mir auch noch ja steigt doch alle ein und was mit dir hallo war denn auch ja können wir endlich fahren kann ja wohl nicht so schwer sein einzusteigen aber das zerregt mich wieder ein bisschen auf hier wieder zu schnell unterwegs so hallo kollege ultrabook an die die von intel schicker intel bus ja dann bleibe ich halt hier stehen wenn du schon willst will aufsteigen hallo jemand hat gesagt halte wunsch hier vielleicht hier vielleicht na irgendwie jemand und kann man auch okay okay dann müssen wir hier oh 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 gerade noch so niederlassen ziehen auf oh da steigen jetzt aber viele aus was muss man schon sagen keine einsteigen keine nein ja dann kann ich ja fahren ich finde es mit der außenansicht schwerer zu fahren gehen tschüss tschüss wir einsteigen nein so besser ja möglich so ja statt allein noch jemand nein alter was seid hier für Typen ich habe nicht den ganzen Tag Zeit ja da geben wir jetzt mal hier Gas ob bremsen bremsen ach gerade noch wie so wer will ansteigen hallo guten Tag so aber wieder eine rote Ampel so okay danke fürs Dosehen bis zum nächsten Mal tschüss und Vielen Dank.